Wer auf der Suche nach einem spitzen Weißwein aus Australien ist, der durch einen moderaten Alkoholgehalt und nur einen Hauch von Holz geprägt ist, der ist beim Simon Hackett Whiteview Chardonnay genau richtig. Er zeigt viele exotische Fruchtaromen und dazu gelbes Steinobst. Dieser Wein hat den Chardonnay-typischen Schmelz und ist mit viel Saft ausgestattet. Ideal zum Hühnerfrikassee.